Let's go! Macht ihn pink! Lass uns erstmal Patrick Star aus dem Türkei-Stern machen. Ja, das ist ein guter Take. Alright, ladies and gentlemen, wir machen den Countdown. Das muss schnell kommen. Wir werden in drei Minuten chatten. Noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, okay? Haben wir eine Mission. Can we finally make Patrick Star in the Turkey flag? So, Digga, Pixel Plays. Nein, doch nicht jetzt! Ihr verdammten Vollidioten! Die Türkei ist stark, das muss smart geplant sein. Spart eure Pixel. Wartet ab, savet eure Pixel-Chat für vier Minuten. Wir haben Zeit, okay? Wir kommen über das Long-Game. Ich zeige das Bild so 20 Sekunden vorher, okay? Damit die Leute nicht zu früh anfangen. Hoffentlich gibt es nächsten Monat noch ein A-Plays. Die im Schnitt 40-jährige Community mag das aber nicht. Alright, let's go! Boom! Let's go! Let's go! Macht ihn pink! Macht die Beine auch! Macht die Beine! Go, 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 go! Schön, schön, schön! Stark! Go, go, go! Go, go, go! Füllt das Ding komplett pink! Macht doch die Augen! Stark! 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 Jetzt sind die wieder vier Stunden damit beschäftigt, diesen Stär zu fixen. Okay, lass nun meine Familie wieder frei. Nice! Wundervoll! Wundervoll! Parry wird angegriffen? Äh, oh ja! Oh, diese Wichse, die warten immer, bis wir irgendwas machen und dann greifen die an. Bro, die ziehen es aber auch eiskalt durch, ne? Bro, wir müssen unbedingt die Nacht, die Nacht wird hart. Wenn in der Nacht dann alle schlafen, wird's tricky, Bro. Oh, das ist sick geworden schon! Bro, das ist nicht bad. Das hat ohne über das rechtsradikale Ding geballert. Bro, die Türkei ist so stark. Die Türkei ist so stark, Bro. Holy shit, die Türkei ist so stark.